Mikroelektronik und Elektronik hat natürlich in den letzten Jahren schwunghaft zugenommen. Ich trage einen RFID-Chip hier in meiner Hand. Hallo, ich bin Algena Jansen. Frau Jansen steuert praktisch mit ihren Augen einen Computer, der für sie spricht. Sie können sich die NEMESIS-Kipfel mit den NEMESIS-Kipfel zeigen. Also, das Ziel ist, der NEMESIS-Kipfel ist, die Hand-Kipfel zu entwickeln, biodirektionalen Hand-Kipfel. Das bedeutet, dass wir erst einmal, die aktiven NEMESIS-Kipfel der Neuralaktivität mit den Motor-Kommandaten, die von dem Blumen nach dem Peripheral-Nerven Wir können sie so viel wie möglich für den Kontrollen der Prästhesie benutzen. Dann werden wir die Sensor-Informationen an den Patienten vermitteln. Die Sensor-Informationen konnten die Nerven sehr gut fixiert werden, also mit einem Material festgemacht. Die Sensor-Informationen sind sehr gut, weil, wenn man verschiedene Objekte fühlen kann, ich fühle mich, wie schwer ich Dinge fahre. Das Feedback ist ziemlich natürlich mit der normalen Hand. Es ist wirklich gut und ich bin sicher, dass das Zukunft der Prästhesie in der ganzen Welt ist. Ich bin Angela Jansen. Ich bin 59 Jahre alt. Vor meiner Erkrankung habe ich bei der britischen Armee gearbeitet. Ich bin mit 39 Jahren an amyotrophalateralsklerose, ALS, erkrankt. 1994, vor 21 Jahren. Es war beim Tanzen. Die Füße ließen sich nicht mehr schnell genug setzen, als würden sie festlegen. Frau Jansen hat amyotrophische Lateralsklerose, eine neuronale Erkrankung, die dazu führt, dass sie sich nicht mehr bewegen kann, dass sie nicht mehr sprechen kann, dass sie nur noch die Augen bewegen kann und ihre Mimik vorhanden ist. Ich kann schreiben, den PC bedienen. Durch die Steuerung der Maus kann ich z.B. auch online einkaufen und banken, Filme anschauen, karten, alles was jeder andere auch macht. Das ALS hat mir zirka acht Stunden täglich Zeit geschenkt, die ich für mich wieder nutzen kann. Ohne ALS würde ich die einfachsten Dinge erlendlang langsam auf der Tafel zeigen müssen. Frau Jansen steuert praktisch mit ihren Augen einen Computer, der für sie spricht. Sie braucht ein Beatmungsgerät, sie braucht ein Absauggerät und sie braucht natürlich auch die künstliche Ernährung. Ohne Medizintechnik würde sie nicht mehr leben. Als ich das erfahren habe, dass solche Sachen möglich sind, war ich eben auch interessiert, das selber zu haben und nicht nur meinen Kunden zu implantieren. Ich trage einen RFID-Chip hier in meiner Hand. Ich habe einen NFC-Chip hier im Arm, mit dem ich z.B. auch mein Handy entsperren kann und meine elektronische Visitenkarte drauf habe. Und ich habe hier einen Magneten, also einen von den Super-Strong-Magneten, mit denen ich sogar kleinere Zangen hochheben kann oder eben Gabeln, Messer etc. Es ist, als hätte man einen weiteren Sinn bekommen. Ich merke halt, welche Gegenstände magnetisch sind, das heißt eben auch, wie die Materialbeschaffenheit von denen ist. Momentan hat sich das herauskristallisiert, dass die Menschen, die eben nur solche Erweiterungen hatten, Magnete wie Chips, um z.B. einen Tresor zu öffnen oder eine Tür zu öffnen oder eben ihr Handy zu entsperren, sich diesen Namen gegeben haben als Sprachzeitbox. Also sozusagen Grenzen ausloten. Ich denke, dass sich dabei die Kompetenzen verändern werden. Wir werden Kompetenzen dazubekommen, wir werden Kompetenzen wieder abgeben. Aber ich denke auch, wir werden durch eine solche Verknüpfung angreifbar, manipulierbar. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die eben auch da eine Diskopie in der Entwicklung sehen. Das ist natürlich interessant, auch für den Fall, dass tatsächlich diese Diskopie eintritt und erst zum Zwang wird, Chips zu installieren oder Ähnliches. Überhaupt von der Materie genaueres zu wissen, zu wissen, wie man eben damit umgeht, was was macht. Ich denke, der Cyborg ist in uns. Wir müssen eigentlich nur sehen, dass wir unsere Möglichkeiten, die in unserem Körper und unserem Gehirn stecken, erst mal aktivieren, trainieren und dann wirklich auch nutzen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020